Mein Name ist Tahanischain, original von Ägypten, aber ich wohne in der Schweiz. Mein Name ist Tahanischain, original von Ägypten, aber ich wohne in der Schweiz. Wie wir alle wissen, in der Schweiz Zahne kostet viel zu viel. Habe ich eine Werbung im Internet gesehen, habe ich mich angemeldet. Nina, Organisator, hat mich angerufen, zurück angerufen, hat für mich alles reserviert, alles organisiert, bin ich gekommen. Hier ist alles inkludig im Preis. Du zahlst erst, wann du da bist, voll Vertrauen. Transport ist inkludig vom Flughafen zum Hotel, vom Hotel zum Flughafen, vom Hotel zum Klinik, vom Klinik zum Hotel zurück. Ganz hohe Qualität. Die Klinik ist ganz hohe Standard, fast wie in der Schweiz. Zahnärzte sind sehr, sehr professionell. Material ist von Deutschland, ganz hohe Material. Und sicher, Mr. Dennis hier hat mich extrem geholfen, mit Obersetzen, mit Organisation, mit Terminen. Dr. Heder, einer der besten Ärzte hier, hat meine Zahne gemacht. Ihr konntet den Unterschied sehen, bevor und nach. Ich bin sehr zufrieden, dass ich gekommen bin und meine Zahne hier gemacht habe. Mit fast fünfmal weniger als in der Schweiz. Ich bin Henni Sahin, ich empfehle euch alle in der Türkei, International Blast zu kommen. Da ist Mr. Heder. Mit International Blast, sicher, dein Lachen ist viel, viel besser. Kein Lachen. Danke vielmals. Rak Susan. Auf Wiedersehen.